so jetzt ziehen wir den Scheitel wir fangen hinten an und dann gucken wir ob das einigermaßen die Mitte ist nicht aber nochmal so und dann geht das schon fast von alleine also gar nicht so schwer so wieder stehen gucken ob du mittig bist bist du natürlich wieder nicht so einfach und schon hast du den perfekten Scheitel mehr brauchst du nicht prima